So Freunde, also ich habe auf meinem Hauptkanal ApoBlui zwei Playlists erstellt. Eines heißt die 10 schlechtesten YouTube-Videos 2018. Und ja, zu denen gehört Katja Krasavice, dicke Lippen. Die andere Playlist heißt, ja, Top 10 beste Videos 2018. Ja, und wir starten mit Teil 10 von den Schlechtesten. Ja, los geht's. Und ich muss mit voller Lautstärke hören, tut mir, weil das würde meinen Ohren so wehtun. Aber ja, für die sechs. Scheiße, ist das laut. Ich habe das Copyright auf den Doggy-Style, leck mich am Arsch. Ja. Warte. Ich kann auf den Doggy-Style. Ich kann's am besten, weil es nach wie vor mein Hobby bleibt. Mach es mit Hingabe. Ich kann wie der Wind blasen. Fang ich an mit meinem Mundhaut. Ess dich um wie ein Kinnhaken. Jetzt ist Schluss mit lustig. Lutsch deinen Schuppertschuppes. Der Zuckerguss spritzt. Aber bitte vergiss nicht, heute schmuck ich's. Mit meinen Lippen habe ich beim... Ich will das nicht, ich find das nicht geil. Ich find's scheiße, das Lied. Ja. Aber bitte vergiss nicht, heute schmuck ich's. Mit meinen Lippen habe ich bei Männern ein leichtes Spiel. Wenn ich sag, ich will gern lecken, meine ich das Eis am Stiel. Und ich dachte, sie meint was ganz anderes. Alter, ich hasse das. Besonders das, wo die Stimme so tief... Wo die seine Stimme... Diese eine tiefe Stimme ist, Alter. Ich hasse es. Ja, besonders diese Stelle hasse ich. Habt ihr es gehört, dieses Bleiben? Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ja, Mädchen, jetzt wisst ihr, was ihr tun müsst. Alter, wie kann man nur so falsche Werte vermitteln? Leck mich am Arsch. Aus keinem Marken der Jeans. Heute kostet mein Körper so viel, wie du in drei Jahren verdienst. Ich übernehme das Steuern für dich. Blase so lang, bis das Feuer erlischt. Ziehe mich aus und dann läuft es mit Klicks. Mach beiläufig Geld mit zwei deutlichen Hits. So heiß ist das Gummi hier einfach mal platz. Ich meine die Reifen von meinem Eracht. Wo denkst du denn hin, es war nicht so gemein. Du hast schon wieder ans eine gedacht. Ich hab dich gelöten. Ich hab dich gelöten ansehen. Blase. Ich hab dich gelöten. Blase. Ich hab die Kölöten und sie, der kommt aus die Klasse. Ich hab die Kölöten und sie, ich hab die Kölöten und sie, ich hab die Kölöten und sie. Ich hab die Kölöten und sie, ich hab die Kölöten und sie, ich hab die Kölöten und sie. Ja, wisst ihr was? Ich brauch jetzt dringend die Nummer 10, der hier besten will und so, oh Gott. Ja, also erstens das Lied ist scheiße, zweitens es hat nicht so ne Ohrwurmfunktion wie Doggy von Katja. Ja, ein Lied, das ebenfalls scheiße ist. Oder Sextape, ja. Sextape ist auch ein Ohrwurm, aber trotzdem ebenfalls scheiße. Jedes Lied von ihr ist scheiße. So viel kann ich euch sagen. Hm.